Ah, ja. Das hätte ich auch vorher schon machen können. Ah, ah! Das Feuer! Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Puh, also diese blauen Flammen sind... Da muss man echt... Das ist... Da muss man umdenken. Cool, cool. Angebot steht. Cool, danke. Auf jeden Fall. Villa unheimlich. Na, dann schauen wir mal in die Villa unheimlich. Level oder NPC-Dorf? Man weiß es immer nicht. Level. Okay, Geisterlaternen irgendwie. Ah, mit denen kann ich Geister töten. Oh, das ist schön. Diese nervigen Mistviecher. Das haben die jetzt davon. Hahaha. Was passiert denn, wenn man Geister tötet? Was passiert mit getöteten Geistern? Sind die dann wirklich endgültig aus der Existenz gelöscht? Also ich gehe davon aus, dass die mal lebende Menschen waren, die Geister, oder? Sonst... Wenn die schon als Geister geboren werden, dann sterben die halt einfach ganz normal. Aber ansonsten... ...sind die wahrscheinlich dann wirklich ausgelöscht. Tja, ziemlich krass. Tja, ziemlich krass. Aber da kennt eben... ...King Knight nix. Hier kann man ordentlich Kohle scheffeln mit den Geistern. Das ist cool. Kann ich hier nicht wegbouncen? Doch. Ah, Mist. Wie kriege ich denn das hin? Ich glaube, ich weiß schon ungefähr, wie ich's machen muss. Genau. Oh-oh. Ist das Burg Stoltzmor? Falls ja, so ist sie noch erbärmlicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Oh-oh. Geisterboss! Pulsion! Ah, Mist. Das ist ein ganz schöner Arsch, Mann. Als ich am Anfang seine Lebensenergie gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, der wird ja leicht. Aber jetzt ist er ein ganz schöner Arsch. Haha. Dammit. Der Arsch, Mann. Ich bin da. Ja. Reichtum. Ein Stapel nicht mehr gespielter Spiele, für die Switch herumliegen. Minecraft Story. Minecraft Story? Minecraft Story? Ach, das ist das Telltale-Spiel, oder? Minecraft Story. Ich war jetzt auf Minecraft Adventure, oder wie heißt das Neue? Das Action-RPG. Das habe ich jetzt mal gespielt. Auf dem PC vor kurzem. Das ist nett, aber ist halt für ein deutlich jüngeres Publikum mit weniger RPG-Erfahrung ausgelegt, offensichtlich. Aber ich glaube, für Kinder ist das echt nett. Tja. Ähm... Vielleicht ist das ja mein Chost-Glücksdeck. Sein früherer Besitzer sah dem Sensenmann ja wirklich sehr ähnlich. Doch wie konntest du das bei einem Eigen... Bei deinem eigenen... P... P... Pestilenten... Ach so. Pestilenten Eigengestank überhaupt riechen. Du bist doch derjenige, der hier nach Gespenstern stinkt. Lügen! Unverschämtheit! Meine Geduld hat nun ein Ende, elender Geist! Mach dich bereit, verbannt zu werden! Ach, dammit! Pestilenten... Ach, dammit! Pestilenten... 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 Ah... Was für ein Arsch! Jetzt geht er wahrscheinlich weg, oder? Den kriegen wir. So einfach geben wir uns nicht geschlagen! Will mein Geld zurückhaben nämlich vor allem. Ich hasse ihn so. Ich habe den schon gern hasst. Den gibt es auch als Boss, wenn man... wenn man es mit... mit Shovel Knight spielt. Das Hauptspiel, wenn man so will. Und da habe ich den schon so gehasst, den Kerl. Pestilenten... 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 Aber, naja, genau. Wenn man jetzt irgendwie stattdessen, weiß ich nicht, Diablo 3 oder Titan Quest oder irgendwas spielen kann, ist es halt, das ist halt nochmal ganz was anderes. Der Farelz oder so ähnlich. Welcher Monarch hier auch liegen mag, er lebt auf jeden Fall oder lebt er auf jeden Fall die Krete. Stark, achso. Aber man kann sie immer nur einmal einsetzen. Aber warum horten? Dann endet man doch eh nur wie derjenige, der diese Truhe hier hinterlassen hat. Hehe. Oh, was haben wir denn da? Dekret der Verjüngung. Einweggegenstand beschwört einen freundlichen Apfelfisch, der 25 Sekunden lang deine Gesundheit und Vitalität auffüllt. Aha. Für irgendeinen harten Boss mal oder so aufheben. Letzter Bosskampf. Vielleicht. Keine Ahnung. Mal schauen. Ja, das ist schon auch ein Problem. Ich meine, das Spiel kostet auch nur 20 Euro, glaube ich. Das ist kein Vollpreistitel. Aber ich war sehr schnell durch. Ich meine, es gibt dann höhere Schwierigkeitsstufen und so weiter, wie man das kennt. Aber ich war schon sehr schnell durch. Ein paar Stunden und dann ist das durchgespielt. Ich finde es aber schon, wie er landet und dann seine Krone zurechtrückt. So macht man das. Fahnen sind quasi... Ich verstehe. Aber wie kann ich denn jetzt den Haufen hier... Ach so. Ich verstehe. Moment, sind die Ratten jetzt meine Feinde? Ich dachte, Ratten sind meine Freunde. Wie wohl nicht? Wohl nicht alle Ratten. Wie wohl nicht alle Ratten? Aha. Interessant. Da. Hm. Dann lass ich den einfach mal Prompeller-Ratte sein. Ist okay. Okay. Könige, gehen da lang. Okay. Von mir aus vertrauen wir dem Schild. Geheimgang. Ja. Okay, das war... Huh. War das. Oh Gott. Nicht schon wieder. Hau ab jetzt. Ich hasse dich. Okay. Level geschafft oder wie? War das der optionale Hardweg oder so? Ja. Und der hat uns hier hingeführt, der optionale Weg. Turm des Verräters. Na, dann schauen wir mal. Dolchstoß. Hallo. Majestät. Hast du vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Ich bin Dolchstoß, der ehemalige Berater von König Stolzmoor. Ich habe den tattrigen alten Trottel aber abgeschrieben und bin auf der Suche nach einem neuen König und du siehst mir genau richtig aus. Als Zeichen meiner Gewogenheit möchte ich dir dieses entwede Erbstück überlassen. Ich bin mir sicher, König Stolzmoor, wird nie bemerken, dass ich es gestohlen habe. Hier, mein Fürst, schau doch nur. Ist das nicht wunderschön? Ähm, ja. Ich kann es mir gar nicht leisten. Wirf Schaden auf den Feind zurück. Umhangumkehr. Das klingt gut, aber ich kann es mir, wie gesagt, nicht leisten. Außerdem weiß ich nicht genau, ob ich von dem Verräter hier tatsächlich was annehmen sollte. Hier wird es anscheinend weitergehen, aber so nicht. Hm. Naja, dann hauen wir wieder ab. Alles klar. Schon das letzte Level? Nee, nee. Gar nicht. Äh, wir waren noch nicht mal beim ersten von drei großen Weltbossen. Burg Stolzmoor, verzauberte Versammlung. Gehen wir da mal hin. Ah, der mit. Da unten ist, der macht immer so Kamehame. Ha, Zauber. Aber schieß dann... Flaschen... Totenköpfe. Oder so. Warum nicht? Puh, das war grad... Oh mein Gott, das... Ah, zum Glück. Zum Glück sind wir gar nicht tot. Alles gut. Kann ich die... Ja, kann ich. Gut. Wollte ich nochmal testen. Ich kann die quasi auch als Plattform benutzen. Seine toten Köpfchen. Ach, komm schon. Nein, jetzt bin ich wirklich gestorben. Aber ist nicht schlimm. Ich kann ja meinen Loot ganz leicht wiederholen diesmal. So, jetzt aber. So, sehr gut. Gedankenspiegel, dankeschön für die Bits. Yay, ein großer Bitsstein. Hallo. So. Ich weiß nicht, was es bringt, aber... Aha, okay. Ein bisschen Loot hier. Sonst nix. Ah doch. Geheimgang. Yeah. Geheimgänge sind immer schön. Au, selbst wenn die Belohnung, die man da kriegt, teilweise gar nicht so toll ist, schon allein das Finden eines Geheimgangs ist manchmal schon Belohnung genug. Okay. Eins von diesen Siegeln, mit denen man coole Fähigkeiten kaufen kann. Diese Hasenkäfer gehen mir auf die Nerven. Die sind so schnell. Die sind nicht gut für King Knight hier geeignet. Und Shovel Knight kann mit denen viel leichter fertig werden. Mach's gut, Hawkeye. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Donnerstag ist eh schon wieder das nächste Mal. Warte mal, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der weiterhin seine toten Köpfe zaubert. Dann weiß er nie, ob man nicht einen noch brauchen kann. Oh, dammit. Ich hab meinen Boost zu früh verbraucht. Das war grad blöd von mir. Das war grad Unfug. Grober Unfug, den ich hier getrieben hab. Dann nochmal im Schnelldurchlauf. Ich hab den Schnelldurchlauf. Dann nochmal im Schnelldurchlauf. Dann sind die Schnelldurchlauf. Hey, was war denn das? Okay, jetzt. So. Perfect. Das ist alles schon sehr Mega Man. Nur anders, aber ich mein, vom Levelaufbau her und von den Rätseln her und das ist schon ein sehr Mega Man. Nur eben nicht so Oldschool, sondern ein bisschen fairer. Puh, shit. Und mit ganz anderem Movement-Möglichkeit, natürlich. Ich weiß nicht genau, wie ich da oben weitermachen soll, vor allem auf so kurze Zeit. Da muss ich mir mal, muss ich mir mal genau anschauen, das Ganze. Hmm. Am besten locke ich den an, oder? Ja, aber jetzt habe ich es vermasselt. Weil hinten an der Wand, da kann ich mich nicht abstoßen. Und hier komme ich nicht so hoch. Gut, ich kann mal hier einfach stehen bleiben. Ah. Das ist wahrscheinlich der leichteste Weg. So ist es auch gedacht, glaube ich. Jetzt verstehe ich. Okay. Alles klar. Das ist ja auch wichtig. Du blöder Ritter, du. Egal. Hau ab, Ratte! Ohne Witz! Nein, Ratte! Die Ratte! Jetzt wird's hart hier. Jetzt wird's hart hier. Jetzt dreht der Schwierigkeitsgrad an. Die Schonfrist ist vorbei. Jetzt sagt dein Entwickler, okay, jetzt könntest du lang genug üben. Jetzt musst du aber mit der... mit der Night King Mechanik vertraut sein hier. Hey, das sieht aber wie ein Geheimgang aus, da oben. Sehe ich grad. Ja. Geheim-Bonus-Level-Dingens. Schauen wir mal. Können wir theoretisch viel Geld kriegen oder sterben und Geld verlieren? Weil der Schwierigkeitsgrad in diesem Bonus-Level ist meistens nicht ohne. Oho, ja, zum Beispiel. Genauso. Ich will gar nicht mehr in die Bonus-Level. Ver-vergess das Geld. Es ist egal. Ups, das wollte ich gar nicht. Oder doch, ich geh wieder ins Bonus-Level. Aber das Geld können wir trotzdem vergessen. Da kommen wir nicht mehr hin. Aber ich versuch's nochmal. Ich... ich geh wieder zurück. Das ist mir zu gefährlich. Den... den... ...Hauptschatz haben wir. Das andere ist nur Geld. Hallo, Ars. Wie geht's? Puh, jetzt wird's knifflig. Schauen wir mal, dass wir hier durchkommen. Okay. Okay. Whew. Tö-töra. Ich glaube, ich habe auf dem Gameboy in die Mega Man gespielt. Das weiß ich nicht. Aber die NES-Teile. Sehr stark wie die NES-Teile vor allem. Mutter, was machst du denn hier? Purzelchen, da bist du ja. Ich habe mir eines deiner kleinen Ratten... ...Seile... ...gegriffen. Und plötzlich war ich hier oben. Deine liebe Mutter hat uns alles über die zahlreichen Tugenden von König Stolzmoor erzählt. Ich liebe König Stolzmoor. Ich habe im Königskurier gelesen, dass er sich immer an die Regeln hält. Mama. Psst. Du weißt doch, dass du mich im Einsatz nicht stören sollst. Halt dich da raus. Ohne Regeln kann man nicht herrschen. Vielleicht könnten uns ja die Weisheiten deiner Mutter bei unserem Unterfangen helfen. Ach, welch Nervenkitzel, meine Lieben. So durch die Lüfte zu fliegen und vielleicht sogar einen Blick auf einen König zu erhaschen. Das ist doch Unsinn. Pappalapapp. Mutter, richte ja nicht das Wort an meine Diener. Okay, jetzt haben wir quasi unsere Lebensenergie-Upgrade-Mutter auch an Bord. Ich verstehe. Aber gehen wir gleich weiter. Das nächste Abenteuer. Tschüss. Renate. Oh, eine Karte. Rätselkarte Stufe 1. Ach so. Na, den haben wir schon. Na, trotzdem. Ich habe eh vergessen, den Greifen hinzuzufügen. Und den nehmen wir auch lieber als irgend so einen Schleim hier. Ja. Ach so, ich verstehe. Das ist eine zufällige Karte. Deswegen ist es... Genau. Das sind einfach nur zufällige Karten der Stufe 1. Deswegen sind die nicht so besonders. Alles klar. Na gut. Aber besser als ein paar Standardkarten, die wir noch immer haben im Deck. Insofern immer her damit. Und wer bist du? Der augengraue Seher. König Stolzmoor. Bist du das? Ja, meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Aber ich sehe immer noch deine geheimen Tichost-Karten. Tichost oder so. Du musst mich wohl für einen Narren halten. Wenn du glaubst, ich sehe nicht, wie hart du arbeitest. Gut gemacht. Vielen Dank, Hoheit. Schön zu hören. Nimm deine Spezialkarte. Die sollte ich dir doch holen, oder? König Stolzmoor. Jetzt haben wir seine Karte schon bekommen, bevor es überhaupt Pool. Shovel Knight ist das. Das neueste und jetzt letzte Kapitel von Shovel Knight. Wir spielen aber King Knight. Das Spiel heißt trotzdem noch Shovel Knight. Aber man spielt eigentlich nur in einem Viertel des Spiels Shovel Knight. Die anderen zwei Drittel sind die Vorgeschichten von seinen Erzfeinden. So wie King Knight, den wir jetzt gerade spielen. Vergiss nicht, sie deinem Deck hinzuzufügen. Das machen wir. Der kann mit doppelter Pfeilstärke nach oben und nach links schieben. Das ist ziemlich mächtig. Ich glaube, da muss so ein Eichhörnchen dafür raus mal. Das ist eine super mächtige Karte. Heißt das, er hat die jetzt nicht, wenn wir gegen ihn kämpfen, weil wir hier waren? Das wäre super witzig. Das wäre cool. Ah, stimmt. Ich habe vergessen, den Titel einzugeben. Das ist eigentlich alles. Ich habe bei den letzten Streams... Das kann ich eigentlich schnell machen. Ich habe bei den letzten Streams dadurch, dass wir die Spiele teilweise mit so hoher Frequenz gewechselt haben, nichts eingegeben. Weil das waren ganz viele kleine Spielchen, die ständig durchgetauscht sind. Aber hier könnte man das eigentlich durchaus wieder eingeben. Dann sieht man es. Warte mal. Vielleicht gibt es nämlich auch gleich das Kapitel, das wir spielen. Extra. Shovel Knight? Nö. Dann einfach nur Shovel Knight. Update! Okay, ab jetzt, wenn ihr den Browser aktualisiert, dürftet ihr den Spieltitel sehen können. Ähm. Dein Gesicht werde ich nie vergessen, König Stolzmoor. Der rot-goldene Schimmer eines wahren Edelmannes. Okay, wir haben jetzt gerade den ganz schön übers Ohr gehauen anscheinend. Wunderbar. Na dann. Zuhause bin Uno. Wir sehen uns bei uns. Wir sehen uns beim fristen- und 15 Sekunden. Auf to BUT... Wir sehen uns beim Libya- und5-ember Ricoließen. Untertitelung des ZDF, 2020